Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Heute wird es endlich Zeit für meinen Review des OnePlus 7T. Ich habe mir dieses Mal bewusst etwas länger Zeit gelassen. Zum einen, weil es ja etwas gedauert hat, bis OnePlus endlich die offiziellen Preise für Deutschland kommuniziert hat und es meiner Meinung nach wenig Sinn macht, ein Smartphone zu bewerten, ohne den richtigen Preis zu kennen. Zum anderen aber auch, weil OnePlus damit zeitgleich auch das OnePlus 7T Pro vorgestellt hat und das wollte ich unbedingt parallel auch noch testen. Das habe ich jetzt mittlerweile getan und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es durchaus Sinn macht, diese beiden Smartphones in einem gemeinsamen Review zu verpacken. Wieso, werde ich euch im Laufe dieses Videos noch erzählen. Beim OnePlus 7T hat OnePlus ja durchaus einiges verbessert, das Display, die Kamera oder auch das Design. Beim 7T Pro hingegen gibt es auf dem Papier kaum Unterschiede im Vergleich zum Vorgänger, nicht mal bei der von mir getesteten McLaren Edition. Ob die beiden im Alltag überzeugen konnten, was sie so alles drauf haben und ob vielleicht eins der beiden sogar eine deutlich bessere Wahl ist als das andere. All das erfahrt ihr jetzt in meinem Review. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Das OnePlus 7T ist insgesamt etwas kantiger als der Vorgänger. Das 7T Pro hingegen sieht von vorne nahezu komplett identisch aus. Es bleibt dabei, das 7T ist etwas kleiner und leichter als das Pro. Ich persönlich habe es deshalb auch lieber in der Hand. Ich kann es oft noch gut einhändig bedienen, was dann beim Pro eben nicht mehr möglich ist. Und das Gewicht des Pros sollte man definitiv auch nicht vernachlässigen. Ich würde jedem Interessierten empfehlen, es vor dem Kauf mal in die Hand zu nehmen, wenn ihr dazu irgendwie die Möglichkeit habt. Der große Vorteil des Pro Modells sind dann aber natürlich die extrem dünnen Displayränder. Die Tatsache, dass es ohne eine Notch daherkommt und dadurch eben eine extrem cleane Front hat. Auch hier hat OnePlus beim 7T nachgebessert. Sowohl die Ränder als auch die Teardrop-Notch sind etwas kleiner geworden. Das Pro Modell gewinnt hier aber noch immer. Und es hat natürlich nach wie vor das größere Display. OnePlus verbaut in beiden Geräten ein Fluid AMOLED Display. Das 6,55 Zoll große Panel des 7T bringt es aber nur auf 401 ppi. Das 6,67 Zoll große Panel des Pro Modells löst nach wie vor mit scharfen 516 ppi auf. Die größte Neuerung ist hier aber natürlich, dass nun auch das günstigere Modell Inhalte mit 90 Hz wiedergeben kann. Dazu dann gleich noch mehr. Das Display des Pro Modells ist wieder zu den Seiten hin abgerundet. Das ist das 7T nicht. Ansonsten haben beide Smartphones eine 16 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.0. Beim 7T sitzt sie nur eben in der Teardrop-Notch. Beim Pro gibt es die schon erwähnte Pop-Up-Lösung. Beide können über einen In-Display-Fingerabdrucksensor entsperrt werden. Der arbeitet ähnlich schnell und zuverlässig wie bei den beiden Vorgängern. Er zählt zu den besten In-Display-Fingerabdrucksensoren auf dem Markt. Der Rahmen besteht in beiden Fällen aus Aluminium in Hochglanzoptik und fühlt sich sehr angenehm und hochwertig an. Links finden wir jeweils die laute Leisewippe, rechts den OnePlus-typischen Alert Slider und den Power Button. Der ist in beiden Fällen sehr gut zu erreichen. Die Oberseite ist dann bis auf ein erstes Mikrofon und eben die Pop-Up-Kamera beim Pro Modell blank gehalten. Auf der Unterseite platziert OnePlus in beiden Fällen den Einschub für bis zu zwei Nano-SIM-Karten, ein weiteres Mikrofon, den USB-C 3.1-Port sowie den ersten von zwei Lautsprechern. Der zweite wurde jeweils in die Hörmuschel integriert. Prinzipiell klingen die Lautsprecher beider Geräte ähnlich gut. Sie können nicht mit Samsung oder Apple mithalten, aber die Klangqualität geht absolut in Ordnung. Komischerweise klangen die Lautsprecher meines 7T sogar lauter als die des Pros. Vielleicht ein Einzelfall, aber mir ist das deutlich aufgefallen. Der Speicher kann in beiden Fällen nicht erweitert werden. Das Pro Modell hat mit 256 GB ab Werk aber doppelt so viel Speicher wie das normale 7T. Offiziell gegen das Eindringen von Wasser- und Staub zertifiziert sind die beiden Geräte natürlich auch wieder nicht. OnePlus beharrt aber drauf, dass sie trotzdem genauso wasserdicht sind wie die Konkurrenz. Die größte Designänderung gibt es beim OnePlus 7T dann aber auf der Rückseite. Zum einen, weil die nun genauso wie beim Pro Modell aus mattem Glas besteht. Zum anderen natürlich aufgrund des extrem auffälligen Kamerabums. Ich bin auf jeden Fall extrem glücklich darüber, dass nun auch das günstigere Modell eine matte Rückseite hat. Das fühlt sich nicht nur besser an, sondern zieht auch deutlich weniger Fingerabdrücke an. Und die neue blaue Farbe gefällt mir auch extrem gut. Wobei ich sagen muss, dass ich das Nebula Blue vom OnePlus 7 Pro noch immer am schönsten finde. Mein OnePlus 7T Pro hat natürlich eine komplett andere Rückseite. Das liegt aber einfach nur daran, dass es die McLaren Edition ist. Beim normalen OnePlus 7T Pro sieht die Rückseite bis auf die etwas veränderte Farbe nahezu genauso aus wie beim OnePlus 7 Pro. Auch wenn das Kameradesign komplett unterschiedlich ist, sind zwei von drei verbauten Sensoren komplett gleich. Beide Geräte haben einen 48 Megapixel Hauptkamerasensor und eine 16 Megapixel Weitwinkelkamera. Nur bei der Telesumlinse gibt es Unterschiede. Dazu dann auch gleich noch mehr. Ansonsten kommen beide Geräte bereits mit Android 10 und OnePlus Oxygen OS 10. Als Prozessor wurde jeweils der neue Qualcomm Snapdragon 855 Plus Octa-Core mit maximal 2,96 GHz verbaut. Dazu gibt es in beiden Fällen grundsätzlich 8 GB RAM. Es sei denn, ihr holt euch das 7T Pro in der McLaren Edition. Das hat dann sogar 12 GB RAM. Prinzipiell hat sich mit Android 10 bzw. Oxygen OS 10 nicht viel getan. Es bleibt dabei, dass OnePlus im Prinzip auf Stock Android mit einigen nützlichen eigenen Erweiterungen setzt. Die Gestensteuerung wurde nun aber an die neuen Vorgaben von Google für Android 10 angepasst und das finde ich persönlich klasse. Das Ganze funktioniert auch super schnell und flüssig und auch intuitiv vor allem. Auch wenn viele sagen werden, dass sie die OnePlus Gestensteuerung besser fanden, ist eine einheitliche Lösung in meinen Augen der deutlich bessere Weg. Beim OnePlus 7T Pro in der McLaren Edition gibt es natürlich wieder ein eigenes Theme mitsamt Hintergrundbildern. Das finde ich persönlich durchaus schick. Ansonsten ist es von der Software aber 1 zu 1 identisch mit dem normalen OnePlus 7T Pro. Die größte Stärke dieser beiden Smartphones ist und bleibt für mich neben dem Display aber ganz klar die Performance. Bis auf das Pixel 4 läuft kein anderes aktuelles Gerät so schnell und vor allem flüssig. Apps starten und schließen rasend schnell und Rückler oder Verzögerungen gibt es so gut wie nie. Dadurch, dass nun auch das günstigere Modell ein 90 Hz Display hat, fühlt sich das 7T natürlich nochmal eine Ecke flüssiger an als der Vorgänger, also das OnePlus 7. Beim Pro hingegen merke ich hier trotz des neuen Prozessors quasi keine Unterschiede zum Vorgänger, aber das war zu erwarten. Ich bin eh gespannt, wie sie diese Performance in nächster Zeit noch signifikant verbessern wollen. Die 12 GB an RAM merkt man momentan auch noch an gar keiner Stelle, das kann sich aber natürlich in Zukunft noch ändern. Spiele sehen, sofern sie für das 90 Hz Display optimiert wurden, auch einfach nur beeindruckend gut aus. Die laufen dann sogar flüssiger als auf den iPhones. Leider wurden aber eben noch viele Spiele nicht für diese 90 Hz optimiert, dann ist die Performance noch immer gut und die Grafik sieht auch toll aus. Da hebt man sich dann aber nicht großartig von der Android-Konkurrenz ab. Über die Hitzeentwicklung kann ich übrigens auch nicht klagen, das haben mich einige gefragt. Ja, unter Volllast wird das 7T wärmer als andere Geräte, aber im Alltag kommt es eigentlich nie so weit. Das Beste an den Displays habe ich ja bereits angesprochen, es sind natürlich die 90 Hz. Aber auch was die anderen Eigenschaften angeht, können die Displays überzeugen. Bei der Schärfe gewinnt natürlich das 7 Pro und im direkten Vergleich sieht man die 100 ppi mehr auch durchaus. Ich wage aber mal zu behaupten, dass auch die Auflösung des 7T vielen im Alltag reichen wird. Farbdarstellung und Farbechtheit sind dann wieder komplett identisch. Hier kommt man zwar nicht ganz an Samsung oder gar Apple ran, trotzdem überzeugen die beiden mit einer sehr realistischen, aber trotzdem intensiven Farbwiedergabe. Der Weißwert ist für OLED wirklich gut. Interessanterweise wird das Display meines OnePlus 7T sogar noch einen Tick heller als das des Pros. Der Unterschied ist nicht groß, aber so 50 bis 100 Candela sollten es sein. Damit hätte ich nicht gerechnet. An Apple oder Samsung kommen die beiden hier zwar nicht ran, aber die Displays sind definitiv hell genug, dass man hier auch bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos alles ablesen kann. Und damit kommen wir jetzt endlich zur Kamera. Bei der UI hat sich auch hier nicht viel getan. Sie ist gewohnt aufgeräumt und intuitiv. Alles Wichtige wie ein Portraitmodus oder Nachtmodus sind mit an Bord. Im Weitwinkelmodus gibt es nun endlich die Möglichkeit Videos aufzunehmen und der Nachtmodus kann nun ebenfalls auch mit der Weitwinkelkamera genutzt werden. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Kameras geht schnell, aber nicht ganz so schnell wie bei Samsung oder Apple. Da sich die Unterschiede bei der Bildqualität wirklich stark in Grenzen halten, beginne ich jetzt mit dem einzig wirklich sichtbaren Unterschied. Und das ist die Telesumlinse. Das Pro-Modell schafft hier einen dreifachen, das 7T nur einen zweifachen optischen Zoom. Und generell ist die Bildqualität hier beim Pro einfach einen Tick besser, auch im Vergleich zum Vorgänger. An Google oder gar Huawei kommt man da aber trotzdem nicht ran. Alles andere ist in meinen Augen komplett identisch. Die Bildqualität beider Geräte ist im Prinzip auf dem gleichen Niveau wie beim OnePlus 7 Pro mit der aktuellsten Software. Die Weitwinkelkamera macht bei guten Lichtbedingungen durchaus ansprechende Aufnahmen. Der Nachtmodus ist aber eher eine Spielerei. Bei schlechteren Lichtbedingungen ist sie genauso unbrauchbar wie bei der Konkurrenz. Die Hauptkamera beider Smartphones macht dann bei guten Lichtbedingungen wirklich tolle Aufnahmen mit guter Bildschärfe, toller Farbwiedergabe und einem teilweise richtig guten Dynamikumfang. Hier muss man sich keineswegs vor Google, Apple, Huawei und Co. verstecken. Auch die Lowlight Performance geht absolut in Ordnung. Der Nachtmodus bringt hier mittlerweile sogar sichtbare Verbesserungen. An Huawei, Google oder Apple kommt man hier aber noch immer nicht ran. Die Unterschiede sind teilweise deutlich sichtbar. Finde ich in Anbetracht des Preisunterschieds aber gerade beim 7T absolut in Ordnung. Und nochmal, das 7T liefert hier exakt die gleiche Bildqualität wie das Pro. Das gilt auch für Videos, die in 4K mit maximal 60 Frames per Second aufgenommen werden. Apple ist hier deutlich besser und auch an Samsung kommt man, was die Farbwiedergabe angeht, nicht ran. Stabilisierung und Schärfe überzeugen aber. Die Aufnahmen der Frontkamera gehen in Ordnung bei der Farbwiedergabe und der Schärfe sind Google oder Apple aber beispielsweise sichtbar besser. Empfang und Sprachqualität sind bei beiden absolut zufriedenstellend. Da merke ich keinen Unterschied zu den Vorgängern. Das 7T hat nun aber auch endlich einen ähnlich guten Vibrationsmotor wie das Pro bekommen. Das kann man eigentlich auch auf die Akkulaufzeit übertragen, also dass es kaum Unterschiede im Vergleich zu den Vorgängern gibt. Das OnePlus 7T hat einen 3800 mAh starken Akku. Beim Pro sind es immerhin 4085 mAh. Das ist in beiden Fällen nur unwesentlich mehr als bei den Vorgängern. Ich hatte beim 7T befürchtet, dass die Akkulaufzeit durch das 90 Hz Display merkbar schlechter wird. Das ist glücklicherweise aber nicht der Fall. Sie ist nur etwas schlechter. Ich schaffe meist so um die 7 Stunden Display-On-Time, natürlich mit aktivierten 90 Hz. Beim Pro komme ich wieder auf um die 6 Stunden Display-On-Time. Da fressen das größere Display und die höhere Auflösung das mehr an Akku einfach schnell auf. Die Werte gehen insgesamt in Ordnung. Huawei oder Apple sind da aber merkbar besser. Die haben dafür aber auch kein 90 Hz Display. Dank WebTouch 30T werden die Akkus nun auch nochmal schneller aufgeladen als bei den Vorgängern. In knapp einer Stunde sind beide Geräte komplett vollgeladen. Wireless Charging wird aber leider noch immer nicht unterstützt. Damit sind wir jetzt auch schon wieder beim Fazit angelangt. Auch da kann man beide Geräte eigentlich gut zusammenfassen. Ich beginne erstmal wie immer mit den Pro-Punkten. Da hätten wir zum einen das Design und die Verarbeitung. Das ist jetzt mittlerweile tatsächlich ähnlicher denn je dadurch, dass auch das 7T jetzt eine matte Glasrückseite hat. Noch dünnere Display-Ränder. Das 7T ist natürlich nach wie vor einen Tick handlicher. Das Pro hat dafür einfach die schönere Front. Hat beides so seine Vor- und Nachteile. Ansonsten haben wir einfach jetzt bei beiden dieses geniale 90 Hz Display. Klar, das Pro hat nochmal die höhere Auflösung. Dafür wird das Display zumindest meines 7T einen Tick heller. Nimmt sich meiner Meinung nach nicht viel. Also das mit der Auflösung muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das braucht. Aber ich finde auch die Auflösung vom 7T absolut ausreichend. Ansonsten haben wir einfach eine überragende Performance, die jetzt eben auch beim 7T enorm von diesen 90 Hz profitiert. Also die Auflösung ist einfach klasse. Was das angeht, ist OnePlus ganz ganz oben zusammen mit Google. Der nächste Punkt ist die Kamera. Die würde ich durchaus als gut bezeichnen. Wie gesagt, beim 7T haben wir jetzt deutliche Verbesserungen. Da in Anbetracht der UVP von 599 Euro finde ich die Kameraleistung absolut in Ordnung. Beim Pro hätte ich mir ehrlich gesagt doch ein bisschen mehr erhofft. Aber wenn man sich dann mal anschaut, was für eine UVP zum Beispiel ein Mate 30 Pro hat, ein iPhone 11 Pro oder Pro Max, ein Galaxy Note 10 Plus, was meiner Meinung nach nicht wirklich besser ist bei der Kamera, dann geht die Kamera Performance schon wieder in Ordnung. Insofern will ich dann nicht zu viel meckern. Und wie gesagt, wir haben beim Pro immerhin die verbesserte Telesumlinse. Der letzte Punkt sind dann wieder viele einzelne Premium Features zusammengefasst zu einem großen Pluspunkt. Wir haben gute Lautsprecher, wir haben einen guten Fingerabdrucksensor, Warp Charge wurde nochmal verbessert, jetzt eben auf dieses 30T Niveau. Und der Vibrationsmotor ist dieses Mal glücklicherweise bei beiden wirklich super. Neutral bewerten würde ich die Akkulaufzeit. Die habe ich ja glaube ich beim OnePlus 7 noch zu den Pluspunkten gezählt. Wie gesagt, jetzt beim 7T ist sie durch das 90 Hertz Display etwas schlechter geworden. Beim 7T Pro hingegen ist sie ganz normal auf OnePlus 7 Pro Niveau. Es ist nicht schlecht, aber eben auch nicht gut. Das ist der Tribut, den man für diese 90 Hertz zahlt. Man kann sie natürlich auch deaktivieren, bekommt dann so ein bis maximal eineinhalb Stunden mehr Display-On-Time. Aber ganz ehrlich, dann deaktiviert ihr das beste Feature. Würde ich nicht machen. Die Contra-Liste wird dann wieder von dem ewigen Punkt angeführt, dass wir hier eben keinen Klinkenanschluss haben. Das finde ich persönlich jetzt mittlerweile überhaupt nicht schlimm, aber viele da draußen stürzen natürlich. Umso schlimmer ist aber, dass der Speicher natürlich nicht erweitert werden kann. Wie immer bei OnePlus finde ich aber etwas schade. Und wie gesagt, ihr müsst natürlich mit diesen 128 GB Speicher beim 7T auskommen. Außerdem haben beide kein Wireless Charging. Das wäre doch eine nette Dreingabe für das neue Pro Modell gewesen. Oder zumindest für die McLaren Edition finde ich schon sehr, sehr schade, dass das nicht mit an Bord ist. Außerdem haben wir wieder keine Benachrichtigungs-LED und leider noch immer kein vernünftiges Always-On-Display. Da arbeitet OnePlus ja angeblich dran, aber es gibt eben noch immer keins. Den nächsten Punkt habe ich dann wieder in Klammern gesetzt. Die beiden sind halt nicht IP-zertifiziert. Sie sollten trotzdem ähnlich wasserdicht sein wie vergleichbare andere Smartphones von der Konkurrenz. Aber ihr habt eben diese Zertifizierung nicht. Und der letzte Punkt, der betrifft dann nur das Pro Modell. Das Gewicht und die Abmessungen dürften definitiv nicht jedermanns Sache sein. Deshalb, wie gesagt, versucht euch das vorher mal live anzuschauen, es in die Hand zu nehmen. Da würde ich definitiv eher das 7T bevorzugen. Das ist irgendwo aber auch Geschmackssache. Wer auf große, schwere Smartphones steht, dem dürfte auf jeden Fall das Pro besser gefallen. Ich mache es kurz und knapp. Das OnePlus 7T hat mich wirklich auf ganzer Linie überzeugt und ist für 599 Euro UVP meiner Meinung nach eine ganz klare Empfehlung. Einfach auch, weil sie die wenigen Schwächen des Vorgängers fast alle beseitigt haben. Es hat jetzt auch ein 90-Hertz-Display, es hat eine Triple-Kamera, es hat den besseren Vibrationsmotor, es hat jetzt auch eine matte Rückseite. Also für den Preis ist das wirklich ein starkes Gesamtpaket, auch Ende 2019 noch. Das OnePlus 7T Pro hingegen hätte man sich meiner Meinung nach einfach sparen können. Einfach weil es bis auf den neuen Prozessor, wo die Unterschiede wirklich nicht allzu groß sind und eben der leicht verbesserten Telezoom-Linse keine Unterschiede im Vergleich zum OnePlus 7 Pro gibt. Ich verstehe durchaus, wieso sie dieses Smartphone gebracht haben und ich verstehe auch, wieso sie es nicht noch besser gemacht haben. Ich glaube, man wollte da einfach auch die Käufer des OnePlus 7 Pro nicht vor den Kopf stoßen. Das Gerät ist ja auch, was sind es, 5-6 Monate erst alt. Aber nichtsdestotrotz muss ich euch da ganz ehrlich sagen, spart euch lieber die 160 Euro, holt euch das OnePlus 7T. Denn diese cleanere Front und die etwas bessere Telezoom-Linse wären mir persönlich nie und nimmer den Aufpreis wert. An der Stelle muss ich das eigentliche Video jetzt ganz, ganz kurz unterbrechen, denn mir ist eben beim Schneiden aufgefallen, dass ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen habe. Das OnePlus 7T Pro hat natürlich auch ab Werk 256 GB Speicher. Das OnePlus 7T nur 128 GB. Da gibt es in Deutschland auch keine 256 GB Version von, also vom OnePlus 7T. Doppelt so viel Speicher, das ist natürlich ein weiterer Pluspunkt für das OnePlus 7T Pro. Rechtfertigt meiner Meinung nach trotzdem nicht diesen Aufpreis. Wäre es mir nicht wert, aber wer unbedingt die 256 GB Speicher haben möchte, wer sagt, ich komme mit 128 GB nicht aus, für den lohnt sich dann das OnePlus 7T Pro natürlich schon eher. Das wollte ich nur auch nochmal erwähnt haben, weil es natürlich einer der wenigen wichtigen Pluspunkte für das Pro-Modell ist. Und wenn ihr unbedingt dieses Design mit der Pop-Up-Kamera und den extrem dünnen Displayrändern haben wollt, dann holt euch lieber ein OnePlus 7 Pro. Ich glaube, da kann man sich dann auch einiges an Geld sparen. Dann bleibt natürlich noch das OnePlus 7T Pro in der McLaren Edition. Ich glaube, darüber müssen wir eigentlich überhaupt nicht diskutieren. Objektiv betrachtet ist das natürlich nie und nimmer nochmal 100 Euro Aufpreis im Vergleich zum normalen OnePlus 7T Pro wert. Aber wer einfach McLaren Fan ist, wer das Theme schön findet, wer das Design natürlich schön findet, diese Hülle schön findet, die ich euch im Unboxing gezeigt habe, der kann sich das Ding durchaus gönnen. Und ich glaube, für genau diese Zielgruppe ist dieses Smartphone auch einfach gedacht. Also da müssen wir nicht diskutieren. Das ist halt für eine ganz spezielle Zielgruppe gedacht und für die ist es, glaube ich, auch ganz cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es für OnePlus nächstes Jahr weitergehen wird. Ich glaube, es wird immer schwieriger, wirklich zweimal im Jahr ein neues Flaggschiff zu bringen. Vor allem, wenn man jetzt jeweils zwei neue Geräte bringt. Also einfach, weil es sehr, sehr schwer wird, die Geräte voneinander abzugrenzen. Aber mal schauen, wie sie das nächstes Jahr so lösen. Das ändert auf jeden Fall nichts an der Tatsache, dass das OnePlus 7T für den Preis ein wirklich gutes Smartphone ist. Das soll es jetzt aber auch von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.